Ich bin offiziell einfach verrückt geworden. Wirklich so langsam drehe ich ein bisschen durch. Gefühlt, jeder weiß ja, dass ich unbedingt Babys haben will. Ich habe so viel Babyfieber. Und ich gucke mir so oft Videos an von Müttern, wie sie ihren Babys immer Frühstück machen. Und das immer in diesen wunderschönen kleinen süßen Babytellern. Und ich dachte mir, wisst ihr was, wenn ich noch kein Baby haben kann, dann bestelle ich mir so einen Teller. Und mache mir einfach selber mein Frühstück darin. Und ich habe mir zuallererst Oatmeal gemacht. Und jetzt kommentiert nicht alle, oh mein Gott, ich hoffe, sie kriegt nie Kinder, nur weil das so eklig aussieht. Ich schwöre euch, das schmeckt wirklich, wirklich lecker. Dazu gab es auch noch ein paar Berries. Und weil sich mein Kind natürlich super healthy ernähren soll, dann noch ein bisschen Gurken und Kohlrabi auf die andere Seite. Und ich muss mich mal voll zwingen, Nüsse zu essen. Deswegen habe ich jetzt extra einmal Mandeln auf die eine Seite und auf die andere Seite Supplements. Leute, ich nehme das legit nie. Das war einfach gefühlt nur für das Video. Dann gab es noch einen grünen Tee. Und das ist auch schon das wunderschöne Ergebnis. Ich werde das jetzt jeden Tag durchziehen, bis ich ein Baby habe. So macht Essenzubereiten halt einfach Spaß. I love it.